Hier wieder ein Video für die Neueinsteiger unter euch. Diesmal beschäftige ich mich mit den Katalysatoren. Wie ihr bereits vielleicht mitbekommen habt, gibt es die Orokin-Beschleuniger für die Waffen und die Orokin-Reaktoren für die Warframes. Man benutzt die, um eure Waffen zu beschleunigen bzw. auf eigentliche Superchargen. Das bedeutet, sagen wir eine normale Waffe auf Level 30, die hat 30 Punkte. Also 30 Level, 30 Punkte. Ist eure Waffe oder Frame jetzt beschleunigt, hat sie auf einmal 60 Punkte. Heißt, ihr könnt schon mal die doppelte Anzahl an Mod-Punkten verbrauchen. Kombiniert mit ein paar Forma, wie ihr gerade seht, hier drei Stück, kann man extrem viel aus der Waffe machen oder dem Frame. Beste Beispiel, sagen wir jetzt auch mal ohne Forma, weil Mods sind meistens, die sehr guten Mods, sehr teuer. Mache ich rein Höllenkammer, sind 15 Punkte weg. Äh, sag ich mal noch Stichflamme. Und was sehe ich, nach zwei Mods habe ich bereits 24 Punkte verbraucht. Heißt, ich könnte keinerlei dritten Mod mehr reinmachen, außer er wäre nicht gemaxed. Vergleiche ich das Ganze jetzt mal mit drei Forma und einem Beschleuniger. Das sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Dasselbe gilt natürlich auch für Warframes. Wenn man dann mal schaut, normaler Frame hat 30 Punkte. Wenn man dann ein bisschen drin rum geformat hat. Okay, jetzt an mir darf man kein Beispiel nehmen. Ich habe eh viel zu viele drin, weil ich spiele sehr lang und habe viele falsche Polaritäten. Aber nur durch Beschleunigen und Forma kommt man in diesem Spiel weiter. Ich persönlich würde euch empfehlen, Waffen erst zu beschleunigen, wenn ihr schon relativ weit seid. Das heißt vielleicht Mastery 10, 15, so um den Dreh. Und Frames, da kann man eigentlich relativ früh mit anfangen. Natürlich will ich jetzt niemanden davon abhalten, seine Waffen oder Frames vorzeitig zu beschleunigen und alles. Aber Katalysatoren und Forma sind selten und es dauert eine ganze Weile, sie herzustellen. Zu den Beschleunigern und Reaktoren ist zu sagen, die bekommt man eigentlich nur aus Alarmmissionen. Dann noch den Alarmmissionen nach den Livestreams. Und wenn man Glück hat, in seltenen Fällen auch mal aus Konfliktmissionen von Quirnir gegen Corpus.